Herzlich willkommen, ich lade euch heute nochmals ein zu einer kurzen Auszeit. Diesmal geht es nicht an die Saar, diesmal geht es jetzt in der Ferienzeit in ein wunderschönes Bachtal für mich. Wohl eins der schönsten Bachtäler, die wir im Saarland haben. Ich lade euch ein zu einer ganz kurzen Einblicksvideo in das Netzbachtal, der Beginn zum Einstieg in den Urwald vor den Toren der Stadt. Ein absolut tolles Waldgebiet mit unterschiedlichsten Wanderwegen, Natur erleben. Obwohl wir so nah an der Metropole Saarbrücken sind, ist es herrlich dort die Stille zu erleben, die Natur zu genießen und einfach mal eine Fläche zu beobachten, die seit 25 Jahren nicht mehr bewirtschaftet wird. Die Natur sich einfach entwickeln kann und einem absolut natürlichen Bachlauf zu folgen und die ganze Pracht zu genießen. Also schaut es euch an, lasst euch inspirieren. Vielleicht sehen wir uns heute mal bei einer Wanderung oder halt bei einem nächsten Video. In dem Sinne, viel Spaß, tschüss, man streamt sich. Ich liebe es heute mal bei einer Wanderung oder halt bei einer Wanderung. Ich liebe es heute zu Jerusalem. Ich liebe es heute mal bei eines. Ich liebe es heute mal bei einer Wanderung. Ich besonders über mich mich schon mal hier bei einer Wanderung oder aber an Needама. ضagerken. Ich liebe es heute mal bei einer Wanderung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020